Von Chelsea nach Bielefeld, unentschieden, im Testspiel gehen die Nachbarn. Perez findet neuen Verein in der Heimat, Verstärkung aus Augsburg und zwei neue Testspiele für Arminia. Das sind die Themen des Tages, mein Name ist Angelo und das hier ist auch gar kein Fall von OneFootball geklaut. Bevor wir mit dem eigentlichen Video anfangen, wollte ich noch etwas zur XSL Saisonanalyse anfangen. Diese Reihe hat mir immer sehr viel Spaß gemacht, doch ich habe gemerkt, es ist so langsam an der Zeit, damit aufzuhören. Ich habe einfach gemerkt, dass das Interesse Folge zu Folge immer weniger wurde und so habe ich mich jetzt entschlossen, etwas Neues zu starten. Es bringt mir einfach nichts, wenn ich mehrere Stunden Arbeit in ein Video stecke und es sehr, sehr schwach geklickt wird. Und es bringt euch auch nichts, wenn immer und immer wieder ein Video hochgeladen wird, das euch nicht interessiert. Wie gesagt, bringt für uns beide nichts, deswegen ein neues Kapitel legen wir los. Ab diesem Video geht die neue Serie, Was da los? Arminia an den Start. Hier werde ich euch immer wieder auf den Laufenden halten, was so News angeht, irgendwelche Testspiele oder neue Verpflichtungen. Je nachdem, was so passiert. Wie auch so ganz hochgeladen wird, das hängt natürlich immer davon ab. Wie viel passiert. Wenn jetzt natürlich innerhalb von einem Tag drei große Sachen passieren, dann kann es sein, dass mal jede drei Tage Waffe hochgeladen wird. Oder jede vier Tage, wenn nicht ganz so viel passiert, immer abhängig. Je nachdem, wie viel passiert. Aber Faserblablabla, legen wir los mit dem ersten Thema. Wie die englische Zeitung The Sun und Kega berichtet, soll Arminia neben dem FC Schalke und Mainz 5 Interesse an Conor Gelinga haben. Der 20-Jährige, der beim FC Schalke noch ein vertrable 2022 hat, war letzte Saison schon an Swansea City ausgeliehen. In der EFL Championship, also in der zweiten englischen Liga, lief er 47 Mal auf, traf dabei sechs Mal und berättete elf Treffer vor. Damit gehörte er zum Stammpersonal bei Swansea und spielt nebenbei auch noch für die U21 der englischen Nationalmannschaft. Ich hoffe natürlich sehr, dass er sich für uns entscheidet, auch wenn Angebote vom FC Schalke oder Mainz 5 deutlich interessanter für solche Talente sind. Aber lassen wir uns einfach mal überraschen. Arminia testet gegen den VfL aus der Brücke und spielt genau wie in der Liga 1 zu 1 unentschieden. Der einzige, der hierbei nicht mitmachen konnte, war Linksverteidiger Anderson Loo Kukki. Ihm klappte eine gereizte Achilleszähne. Drei Neuzugänge... Drei Neuzugänge schafften das auch gleich mal in die Startaufstellung. Linksverteidiger Lausen, der rechte Mittelfeldspieler Gebauer und der Stürmer Niemeyer. Die Innenverteidigung sah man so lange nicht mehr. Wo normalerweise Pipa und Nielsen spielt, liefen diesmal Saiga und Behrens auf. Als Stammspieler aus der letzten Saison spielten Ortega, Brunner, Jabo, Friedl und Fabian Kloss. In die Pause ging es leider mit einem 0 zu 1 Rückstand, da Abel Nido in der 40. Minute zum 1 zu 0 für die Osnabrücker traf. In der Halbzeit wurde munter durchgemischt. Neumal wurde insgesamt ausgewechselt. Zum einen stand die Stammsverteidigung bestehend aus Pipa und Nielsen wieder auf dem Platz. Neueste gegangen die Medena kamen für Brunner. Die beiden Young Stars, Kornbruch und Müller kamen für Jabo und Fabian Kloss. Und zudem wurde Edmundson in der 69. Spielminute noch eingewechselt. Neu Minuten zuvor glichen unsere Jungs aber erstmal aus. Nach einem Klassepass war er so cool durch und beim Torabschluss hatte er gar keine Probleme mehr. 1 zu 1. Den nächsten Test haben unsere Jungs am Dienstag um 18 Uhr, also heute, wenn ich es hoffentlich rechtzeitig hoch lade, gehen in den SV Real, die ja bekanntermaßen den FC Schalke mit 5 zu 4 erstmal schön aus dem Stadion ge*****t haben. Alex Perez, der in der letzten Saison verpflichtet wurde, findet einen neuen Verein in der zweiten spanischen Liga. Da er sich in Bielefeld nicht durchsetzen konnte, wechselt er zum 2. Liga Aussteiger Udi Logrones. Perez wurde verpflichtet, da sich Brian Behrens früh in der Saison einen Kreuzbandriss zugezogen hat. Anstelle der Spanier setzte sich jedoch Amos Pipa durch und Perez verbrachte den Dress der Saison meistens nur auf der Ersatzbank. Diese war aber auch geschuldet vom Verletzungsspech des Spaniers und so blieb sein einzig großer Auftritt in Hannover, als wir 2 zu 0 gewonnen haben, wo er ein wirklich sehr solides Spiel gemacht hat. Alex, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg in der Heimat und auf jeden Fall mehr Einsatzzeit. Arminia leitet den Augsburger Sergio Cordova aus. Dies berichtet sowohl der DSC als auch der FCA öffentlich. Nachdem er seinen Vertrag beim FC Augsburg gerade erst bis 2025 verlängert hat, wechselt er nun auf Leihbasis nach Ostwestfalen, um Spielpraxis zu sammeln. In einem Interview sagte er folgendes. Ich bin sehr froh bei Arminia zu sein und freue mich über das entgegengebrachte Vertrauen des Vereins. Ich möchte der Mannschaft und dem Klub dabei helfen, die Ziele zu erreichen und freue mich darauf, meine Kollegen kennenzulernen. Cordova spielt schon seit 2017 bei der Puppenkiste und erzielte in 65 Spielen 7 Tore und breitete 3 Tore vor. Im Trainingslager in Schäffau, Österreich dürfen die Schwarz-Weiß-Blauen zwei weitere Male testen. Doch das Ganze ist etwas mehr als ein Testspiel. Es geht sogar um einen kleinen Pokal. Ein Viererwettbewerb nehmen neben Arminia, wo ganz schwierig, außerdem der VfB Stuttgart, der Hamburger V und Feyenoord Rotterdam teil. Alle Spiele finden im österreichischen Kufstein statt. Zuschauer sind natürlich nicht zugelassen. Wer alle Spiele allerdings sehen will, auf ServusTV wird alles übertragen. Also schaltet dort gerne mal ein. Das erste Auseinandestreffen haben wir mit dem niederländischen Erstreligisten Feyenoord Rotterdam am Dienstag, den 15.08. um 16 Uhr. Zweiter Gegner ist dann der VfB Stuttgart. Gespielt wird hier am 29.08. um 15 Uhr. Das soll es also für die erste Folge gewesen sein. Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare, was ihr von dieser neuen Serie haltet. Und lasst auch sehr gerne ein Däufchen nach oben da und am besten auch noch ein Abo. Wenn ich alle drei Sachen mache, das ist ein Präufschau. Wir sehen uns im nächsten Video. Reingehauen und auf Arminia!